Ein Geheimnis. Letztes Jahr hat in Barcelona eine Gitano-Frau mit goldenen Eckzähnen auf der Abbruchstelle der alten Polizeistation von Parixino, westlich der La Rambla, eine Kiste mit Dokumenten gefunden. Wenig später waren die Papiere im Besitz eines Antiquariats. Unter bürokratischen Grimmskrams und den Berichten über die gerade gegründete katalonische Arbeiterbewegung Solidaridad Obrera befand sich ein privat gehaltenes Schreiben von 1903, gerichtet an den alleinstehenden, einfachen Polizisten Eduardo R. Die Anrede ist unlesbar. Ich bin die Marion aus Lissabon, die im Hinterzimmer der Bar El Quadregats arbeitet. Sie kennen meinen Namen nicht, obwohl wir uns oft sehr nahe sind. Sie nennen mich immer das Schnapsgläschen, manchmal auch klein und eng. Ich weiß nicht, ob mein Entschluss, Ihnen zu schreiben, besonders geistreich ist, aber ich bin zutiefst verärgert. Da Sie mir mehrmals Ihre Hilfe angeboten haben, und da ich, wie ich Ihnen erzählt habe, ohne Matrosen arbeite, – was Sie als sehr vernünftig einschätzten – benötige ich jetzt einen Moment Ihre Aufmerksamkeit und einen Rat. Es geht um dieses hochstaplerische Lumpengesindel, Angel Fernandez, seinen jüngeren Bruder Matteo und den etwas älteren, ich schätze, knapp über 20-jährigen Pablo. Sie wissen, männlich-menschliches Verhalten kenne ich zur Genüge und unterscheide berufsbedingt nicht zwischen Tugendhaft und Lasterhaft. Wenn ich jemandem das Gefühl der Befriedigung verschaffe, dann liegt das in meinem Wollen und natürlich, da durfte ich Sie einige Mal überzeugen, und schaue ich Sie in meinem Wollen. $20,000 und das in meinem Wollen ist das in meinem Wollen. und das in meinem Wollen.